Die Genossinnen und Genossen, ich finde eigentlich das Spannendste an der Bundeswarnschule der Jusos sind die vielen Eindrücke, die Hintergründe und auch die Geschichte, woher wir kommen, warum wir uns für den demokratischen Sozialismus einsetzen. Wir haben eine neue Vorsitzende aus einer sozialdemokratischen Familie, mitten aus Niederbayern. Jetzt haben wir einen Genossen unterhalten, der aus einer CDU-Familie kommt und sich für unsere Sache einsetzt. Ich meinerseits komme aus Hamm in Nordrhein-Westfalen, genauer in Hessen, genauer aus Hessen, wo ich seit diesem Jahr SPD-Ortsreinzlotzender bin. Hessen ist der Ort, wo der Ruhrbord aufhört und das Münsterland anfängt. Hier wurde man früher entweder Bauer oder Bergmann. Als mein Großvater Bergmann wurde und in den Zechen des Rümpfs... Ich freue mich so sehr über Saarland, dass er fleißig mitklappt. Bevor man in den Zechen des Rümpfs seinen Vertrag unterschreiben konnte, mussten man erst durchs Gewerkschaftsbewegungen. Ohne Mitgliedschaft wurde man nicht eingestellt und meistens gab es unser rotes Parteibief noch umdrauf. Genauso lief es dann im Betrieb. Ohne die Zustimmung und der Belegschaft ging nichts. Der Lohn war gut, der Job sicher und die Rente mehr als auskömmlich. Und trotz oder gerade wegen des gefährlichen Berufs unter Tage die Solidarität untereinander grenzenlos. Heutzutage ist das andersrum. Im globalisierten Finanzmarktkapitalismus ist kein Platz für langfristige, sichere Entwicklungen. Es geht um schnelle Profite für die Share-Border, also die Anteilshalmerinnen. Es geht um Finanzprodukte, Versicherungen und die Wenden, ob eine Aktie steigt oder sinkt. Schon heute übersteigt der Handel mit Finanzprodukten, die Warenproduktion noch 70-fache. Und trotz gegenläufiger Tendenzen haben wir weiterhin einen Mainstream des Privats vor Start. Zu den positiven gegenläufigen Tendenzen gehört es, dass immer mehr Kommunen über Rekommunalisierung nachdenken und frühere eigene Betriebe wieder zurückholen. Diese Entwicklung müssen wir stärken. Wir müssen Genossenschaften, kommunale und regionale Betriebe politisch unterstützen. Wir brauchen Unternehmen, die am gemeinwohlorientiert arbeiten. Das gilt nicht nur für Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften oder Mückenfrauen, sondern ganz besonders auch bei Banken- und Energieunternehmen, die Genossenschaften genossen haben. Wir brauchen echte Wirtschaftsdemokratie, in der eben die Anteilseignerinnen und Anteilseigner entscheiden, sondern die Menschen, die am Prozess, an der Entwicklung und an den Abläufen beteiligt sind. Wir brauchen den Bande von Shareholding zum Stakeholding, die Genossenschaften haben. Ich kallidiere heute als stellvertretender Bundesvorsitzender der INSS, weil ich mich in den kommenden zwei Jahren dafür einsetzen möchte, wie für uns sozialistische Wirtschaftspolitik aussieht. Und ich möchte mich im Projekt Transformation der Wirtschaftspolitik für eine nachhaltige Wirtschafts- und Industriepolitik einsetzen, gerade im Hinblick auf die Energiewirkung. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, wissen, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sind. Wir wissen, dass in dem Ausbau der erneuerbaren Energie und neuer Speicher, Mobilitäts- und Energietechnologien ein enormes Wirtschaftswachstum stortet. Wir wissen, dass auch in den Städten des Strukturwandels in ganz Deutschland die Steigerung der Energieeffizienz in Industrie, Unternehmen, im Bau und im eigenen Haushalt Chancen für neue Jobs stecken. Im Gegensatz zum Koalitionsvertrag wollen wir die Energiewende gestalten, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn ich an meinen Großvater zurückdenke, sehe ich aber nicht nur die Zeit im Bergwerk unter Tage oder viele persönliche Erinnerungen, sondern kenne auch ein Bild von ihm in Uniform mit Hagenkreuz. In dem Alter, als er sich, wie viele in seiner Generation, dem deutschen Faschismus anschlossen, konnte ich mich frei entscheiden. Konnte ich mich 2003 einer freiheitlichen und demokratischen Partei anschließen. Wir können heutzutage ohne Uniform, sondern vielfältig, im Frieden und mit Herzblut für eine freie, gleiche und solidarische Welt einstehen. Das ist ein, vielleicht der wichtigste, der wichtigste Verdienst unserer 150-jährigen Geschichte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wird immer ureigene Aufgabe der Sozialdemokratie sein, sich all jenen in den Weg zu stellen, die wieder den Faschismus, Rassismus und Antisemitismus den Weg beantworten. Ich war sieben Jahre Jusuf Osler in Hamm, unterwegs in NRW und im Bundesverband und habe in dieser langen Zeit leider mehr Bedeutungspunkte mit deutschen Neofaschistinnen erleben müssen als mit IPIS. Es bleibt eine und auch meine tägliche Arbeit in Hamm, Dortmund, Dresden und anderswo, antifaschistische Strukturen zu unterstützen und Widerstand gemeinsam mit vielen anderen zu organisieren. Widerstand gegen die extremen Rechte, Wahlkampf gegen Rechtspopulistinnen von AfD und Co., Aufklärung gegen die deutschen Zustände, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, den Tiefsitzenden Rassismus und Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Es gilt aber auch, ein antifaschistisches Engagement nicht zu kriminalisieren oder gar nicht Extremismustheorien mit Rassistinnen und Faschistinnen gleich zu setzen. Wer aufsteht und aus Kreuzer überzeugt und sagt, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, muss abrufen. Antifaschismus ist kein Verbrechen, sondern unsere Pflege, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin 26 Jahre alt, studiere Erziehungswissenschaften und komme aus Hamm in Westphalen. Und egal ob unser Tage oder am Ende einer Rede, Glück auf!